Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tales of Arise. So, wir haben beim letzten Mal ja das letzte Licht zerstört. Ich schaue kurz nochmal nach, was für ein... Ah, okay, super Combat Point Boost haben wir damit jetzt freigeschaltet. Drum of the Legend. So, Activity Records schaue ich nochmal. The Ultimate Zool haben wir noch. Und dann... Runner, A World of Death. Okay. Gut. Skill Panel mache ich dann mal. Irgendwie ist Blutsgehakt vom Enemy Downs. Ich erhöhe mal den Down-Damage bei dir. Hm. Das bringt mir halt nicht so wirklich was, habe ich den Eindruck. Hm. So, Shion. Increased Weak Point Damage. Moment, Bonus. Also, ich kann das theoretisch machen, okay. Hm-hm. Ich mache mal den. Und den. Dann fällt hier noch 1120, dann habe ich da den. Hm-hm. So, Kisara. Okay. Das sind teuer. Ich will das Blutsgehakt vom Enemy Defeats. Hm. War ich bei Kisara, glaube ich, nicht so. Contag. Ich will das. Komm. Ja, ich gehe da mit einmal. So. Rinwell. Stimmt nicht. Irgendwo muss ich auch noch die Ice Cream finden. Verdammt. Strengthen max extra charge, he has down damage, Anti-Dragon, Artcast Mobility, mhm. Ich denke, ich gehe da mit, damit ich hier die plus 50 Penetration noch habe, hm. Aber ich lasse dich da mal so sein gerade, gut. Dann werde ich einmal zu den Training Grounds gehen. Einmal kurz Cash abgreifen. So, Group Battle, Small Cash Price einmal. So. 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 Das war schon mal relativ einfach. Major Cash Price. Könnte ich theoretisch auch mich daran versuchen, jetzt aber. So. Rinder, was machen? Ne, Ultimaten mache ich nicht. So. 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 Well, see you so much? Hm. So. das läuft jetzt schon mal sehr gut gerade Was ist das so stämlich? Ich kann weg da, lass mich in die Uhr. Komm Oh Halt Komm und Ich stehe dann da mal weg Danke So Kann der dann da mal So 2,28 das war doch schonmal Sehr gutes Tempo Ne den mach ich halt nicht Den könnte ich theoretisch machen aber Ne Den kann ich theoretisch machen Ähm Mediziner hab Defensive Mediziner hab Mhm Aber nicht jetzt So Erstmal Erstmal Oh ich kann doch was sind Okay Der hat jemand ne Quest noch für mich Die sammle ich dann nochmal ein Mh 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 Ich sehe jemanden Oh nicht der Das ist 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 Erstmal Sell Oh ne das ist Verkaufen oder verdammt Das war Das ist Das ist Das kupio ne die sachen die rüstungen bringen mir nix und nop 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 ok ok Okay, dann... Nein. Wart mal. Hab ich gerade... Jupp, ich hab hier dementsprechend... Ah, nee, brauch ich nicht. So, ähm... Um... Wart mal, so... Als erstes möchte ich mal gerne wissen... Okay, beides... ...gibt mir 36.800. Mhm. Und 650 SP. Und hier Moskul, mhm. Ich denke, ich würde jetzt tatsächlich als erstes einfach nach Calaglia... ...dann reisen. Oh. Cyslodin hat auch noch ne Quest für mich. Dann geh ich erstmal nach Cyslodin. Und hol mir dort die Quest ab. Ah. Ah. Wir haben es endlich geschafft. Ah. Ich denke, jemand ist für uns klingelt. Okay. Ja, da ist es. Es ist nicht so... Es ist nicht so... Es ist nicht so... Okay. Brave New World. Aha. Was kommt das jetzt? Gifted. Wo bin... Wo lande ich jetzt? Wo bin... Was ist das Ort? Hier ist ein Hotspring! Hahaha! So habe ich ein kleines Schack umgelegt. Haha! Was sagst du? Willst du einen Dippen? Was ist ein Hotspring? Es ist ein Ort, wo heißes Wasser die Grunde von unter dem Boden zu erreichen. Es ist Natur's sehr eigene Öffenerbrett. Oh! Es ist ein Hotspring. Dann fass mich aus. Das klingt wie ein Schock. Denkst du an, als man sich in einer großen Hotspring. Oh! Während sie die Nutzung des Wunderspring. Nichtsdestotrotz? Nichtsdestotrotz? Ich sage, dass wir es gehen. Wo, wo, wo! Du meinst zusammen? Was? Natürlich nicht. Wir gehen zuerst. Du sprichst danach. Ich denke nicht. Niemand nimmt den ersten Hotspring von mir. Oh Gott. Hier geht's. Okay, okay. Let's settle this fair and square with rock paper scissors. Haus Ilkarus will never be bested. What the fuck. Und verloren bitte. Bitte lass mir einfach. Okay Hotspring. Here we come. Oh, jetzt bist du an Bord. Okay, what the heck. Was hat das mit dieser Quest auf sich? Warte. Wieso trägt er noch komplett die Kleidung? Um, no음�. Oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Could I trouble you to undress me? Um, nice? Oh boy. Oh, no way. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh man. Thank you. You really do have knickers. What the fuck? What the fuck, ey? Ist das bescheid, am I? This does feel kind of nice. It was certainly worth the trip. I feel more tired than ever, though. Uh, Dohalim? What was that for? Oh, it's to have the servant man bring me a drink, of course. Is drowning other guests allowed in this place? This is nice. Still, it's a little lukewarm. The temperature? I find it just right. If anything, it's too hot. Really? It's not hot enough for me. Be right back. I'm gonna borrow the blazing sword from Xion. Man, he's gotta be joking. Ich glaube, er möchte die Temperatur erhöhen. Okay. Xion, ich brauche einen Wunsch. Alphen! Du... Du... Was? Aber... Aber ich... Ich glaube... Ich glaube, es ist das richtig. Du dumm... Verkackt... Das war doch gut das 용en. Ja! Wir sollten das mal wieder mal machen. Ich glaube... Tue... Deine Wand stehen... besser rechts... Statt... Oh... Ha... Aber geil gemacht... Ich hab' mir gedacht, das war toll, richtig? Wenn du immer... Ja, so... Hm... Steamy Towel... Steamy Towel... Brave New World... Hm-hm... Okay, ja... Okay, was hat der jetzt für eine Quest für mich? Don't enter... Okay... Ah, nee... Field Guide... Hm-hm... Ha... So, ich wollte jetzt ja... Gut, merken... Record Collection... Okay... Ich geh' dann erstmal nach Moskul... Dann sammle da die... Dann sammle da die Stimmen... Dann... Nach Ulzebeck sammle da die Stimmen... Und dann... Und dann... Ich geh' dann... Ich geh' dann... Ja... Äh... ... Es sieht aus wie wir es hier in einem Stück gemacht haben. Du willst uns zu benutzen, aber ich denke, wir haben nicht so viel gesprochen, haben wir? Ich wollte dich kennenlernen, aber ich meine, ich würde mit dem Right-Hand, oder vielleicht mit dem Left-Hand, mhm. Was, was du meinst, dass du mit jemandem aus dem Raum bist? Okay. Hiho. Oh, ich habe nie mehr... Ich glaube nicht, du kannst weg oder schmuck, bevor ich nichts sagen kann. Okay. Okay, Glenimet Castle muss ich also noch... Floor 3 und dann... Danach würde ich sagen, versuchen wir mal die ultimativen Sugils, die die Wissenschaftler dort erschaffen haben. Und dann würde ich sagen, dass wir beim nächsten Mal dann auch weiter mit der Erkundung von Renner fortfahren und... Langsam mal die Story... ...in Richtung ein Ende bringen. So, Benete weiß man, ne? Das wird die Exilisisten. Okay. Bescheuert. Aber ja. Okay. Okay. Das mache ich nicht jetzt. Erstmal... Bevor ich das mache. Mountainbass. Okay, die sind alle voll und so. Gut. Okay. Okay. Hi. 59. Es am work. Okay. Wir sind Stufe 60. ZUGUL. 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 Da한� je collectiv. TARO ÜGUL! Was wollt ihr》 ZUGUL. Du vasst einfach mal geht es euch geliefert. Oberlimann. Und den noch hinterher. Okay, kind of am I... Oh Oh No public Oh shit. 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 Ah well. Das ist fertig. Ich hab das vroger. Dann lass uns dort auf den Punkt. Oh shit. ok das war natürlich sehr bescheiden für mich einmal den das ist gut verdammt Ich möchte den Schmalzer wegbekommen So sehr gut aber ich denke ich sollte gleich mal den Cut setzen So und zwar jetzt setze ich mal hier den Cut Gut Nein Ich habe keine Chance Oh Und dann... Und dann... Fuck it, ey. Lifebutton wieder auf Shion. Okay, noch eine Lifebutton wieder auf Shion. Und endlich, sehr schön, hinten den Schwanz ab. Da haben wir aber lange für gebraucht, um den wegzubekommen. Okay, gut, nur noch eine für heute Leben. Das war's. Run. Von... Aber die Flitter kann man gut auswählen. So, noch ein Life-Botty wieder auf Shion. Und einmal. So, einmal den. Und auch weg damit. Sehr schön. Damit ist der auch gedount. Ja, komm. So. Deck Felsen. Einmal hin. So. 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 Hi. So. 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 sind die damen dran oder was okay was kommt jetzt wird love versuchen zu spannend ich könnte es mir glatt vorstellen oh hooter adorable ich fühle mich wieder so aus der jüngsten uns wirklich das ist schön ich habe nie gedacht dass ich ein Grupp mit euch mit ihr Mädchen Hehehehe Gott, Eon, deine Haut ist so flawless. Wie machst du das? Du musst dir uns dein Geheimnis. Hehehehe Oh, danke, Mädels. Oh, mein Torobert. Es sieht so silky-smooth. Ich will es raus und es touchen. Hey, Hand's off, remember? Du bist so musculier, Kisara. Oh, Mann. I'll pretend I didn't hear that, Rinwell. Hehehehe What? There are some walls that boys are meant to surmount. Oh, nein. Right. Oh, nein. Only by surmounting said walls does a boy become a man. Oh, nein. And as it so happens, I can assist with that. Oh, Mann. Das ist ganz böse. Hehehehe Are you sure you wanna do that? Hehehehe This is an important right of manhood. Right? If you say so. Hehehehe A man of principles. That's not a bad thing. You wouldn't deny me the chance to be a man. Would you? Indeed. You wouldn't take away the opportunity for a young person to flourish, would you? Okay. Alarm. Alphen's pretty cool. But he can be kinda dense sometimes. Well, he went a while not feeling any pain. You can't deny you're a match, Xion. Yeah, totally. Hehehehehehe What was that for, Rinwell? They're dirty minded devils. That's what. What? What? Oh, my... Alphen! What happened to you all? I had no part in any of it. You've gotta believe me. Hehehehe 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 That was a fantastic bath. Yes, we should all come back sometime. Uh... Us too! Please! I suppose some walls are better left unmounted. Hehehehe Hehehehe Love failed to unlock the... ...the dirty minded devil. Hehehehe Hehehehe Yeah! Hmm... What would happen with Ivan and the... ...steamy towel? Hmm... Braided bun? Golden fairy statue? Okay... Okay... I sense a strange power from this. Okay... It's doch wahrscheinlich auch wieder ein... Hehehehe More ore... Mhm... The fairy guardian... Keeps vigilant... ...what's over hot spring goers... ...it's no emeritus... ...so please don't take it home. Hehehehe Hehehehe Das schön ist... Das Ding ist ne Anspielung auf Megaloo... ...die Hexe aus ähm... Tales of Berseria Hehehehe Beziehungsweise... Waren... Waren die Dinger nicht auch in Tales of Berseria... He... Ähm... Mit ähm... Dings... Ähm... 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 Ich glaube ja. Okay... Damit haben wir die Dinger da... ...abgeschlossen... Dann... Und dann nehm ich hier nochmal... Und dann nehm ich hier nochmal... ...kurz darauf bin... ...how manic I did this voice... Mhm... Okay... Elden Men and Shea... Voice Recording noch... Okay... Elden Men and Shea... Sind wohl ein bisschen mehr noch... ...eine Stimmen aufzunehmen... Ah... We've finally made it... Yes... 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 Das sind... Mhm... Aber ich werd dann auch gleich diese Folge hier beenden... Looks like we made it here in one piece... So... Und... Beim nächsten Mal... Yes... Machen wir dann die Story weiter... Beziehungsweise... Vielleicht werd ich auch nochmal die Ice Cream holen... Ah... Aha... Ja... So... Ich werd... Mhm... Haha... Geil... Dann muss ich nochmal in die Bibliothek... Von ihr brauch ich auch ne Voice Sample offenbar... Mhm... 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 Und danach werd ich dann noch die Folge beenden... Okay... Ja... 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 Aber wie gesagt... Das... Kommt... Erst beim nächsten Mal... Ich speichere... Also ich beende jetzt die Folge... Vielen Dank fürs Zuschauen... Und... Bis zum nächsten Mal... Tschau... Tschau...